Hallo Leute, Marc Bellinghaus. Das ist jetzt das erste meiner längeren Videos über die Wahrheit. Und ich würde gerne mit der Justiz anfangen. Ich war heute hier den ganzen Tag hier bei dem riesengroßen Kaufland in Berghamen, weil ich da sehr nette Bäckerei-Mitarbeiterinnen habe, die mir immer ein wunderschönes Frühstück bereiten, wenn ich mal hierher komme und ich dann auch immer irgendwas Schönes finde, für den Herbert zum Beispiel, der mein Samariter ist. Dieser Mann hat mir vor zwei Jahren das Leben gerettet, weil er mich bei sich aufgenommen hat, weil mich die Justiz Münster vorsätzlich, absichtlich obdachlos gemacht hat. Ich bin aus meiner Wohnung durch eine Zwangsräumung obdachlos gemacht worden und kann beweisen, das werde ich auch noch tun. Ich werde die Wohnungsbaugesellschaft Bauverein Kettler EG, die eine katholische Wohnungsgesellschaft ist, werde ich auch noch verklagen, auf Schadensersatz und zwar nicht zu knapp. Ich kann beweisen, dass die das Gesetz gebrochen haben, denn der Kündigungsgrund war, dass ich die Nachbarn beleidigt hätte. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe noch nie einer Fliege irgendwas zu Leide getan, könnte ich gar nicht. Ich habe in Amerika wirklich wie David gegen Goliath gekämpft und habe den Estate of Marilyn Monroe Anwalt, der absolut kriminell ist, der jetzt Lothar Matthäus vertritt, CMG Worldwide, könnt ihr mal googeln. Lothar Matthäus ist bei einem kriminellen Anwalt, Mark Rössler heißt er, CMG Worldwide. Das wiederhole ich, ich habe gewonnen. Dieser Mann hatte mich für 100 Millionen Dollar verklagt und ich habe auch gewonnen. Ich habe nie aber Kohle, irgendwas bekommen, weil ich auch von meinen Rechtsanwälten in Amerika beschissen verraten und verkauft wurde. Naja, aber ich habe dieses Marilyn Monroe, sie exhibit, diesen Skandal, diesen Betrug habe ich gestoppt. Die wären nämlich auch nach Deutschland gekommen. Und die hätten nicht zu knapp Kohle gemacht mit lauter Schrott, mit Müll, mit kompletten Unrat, den die als Marilyn Monroe Eigentum ausgegeben haben. Ich habe nie ein Dankeschön von der Bundesregierung bekommen. Ich hätte mich wirklich über ein Bundesverdienstkreuz oder sonst was gefreut. Martin Katsch, Missbrauchsopfer der katholischen Kirche, könnt ihr mal googeln. Martin Katsch hat 500.000 Euro von der Bundesregierung bekommen für seinen eckigen Tisch. Das ist so, wie ich habe Saturdays for Children gegründet, eine Initiativbewegung gegen Kindesmissbrauch und er hatte diesen eckigen Tisch. Er ist komplett unterstützt worden. Was macht dieser Mann? SPD-Politiker, der auch in den letzten Bundestagswahlen in den Bundestag wollte, hat er aber nicht geschafft. Gott sei Dank. Dieser Mann hat sich zusammengetan mit der Theaterleiterin hier in Münster. ist er zu Empfängen gekommen, zu Veranstaltungen. Die haben mir ja mein Theaterstück geklaut, was ich Kinderhaus genannt habe, nach dem Stadtteil in Münster, Münster Kinderhaus, wo dieses unsagbare Verbrechen geschehen ist, wo zwei kleine Jungs, einer fünf, der andere neun, in einer Gartenlaube missbraucht, von vielen Tätern und dabei gefilmt wurden. Es war unsere Initiative, unsere, von Saturdays for Children. Wir sind für Monate, jedes Wochenende auf die Straße gegangen durch Münster, für Monate und haben es geschafft, dass diese perversen, pädokriminellen, zwei kleine Jungs missbraucht haben, Höchststrafen bekommen haben. Da haben sich Journalisten, Rechtsanwälte und sogar Richter haben uns gedankt. Dafür sind nämlich auch da gewesen bei der Urteilsverkündung. Könnt ihr gucken, da sind Bilder im Netz. Aber das ist so kompakt. Ich will nochmal zurück. Der Zweite im Bunde, der sogenannten Missbrauchsopfer der Kirchen, der sich gegen mich verschworen hat, das müsst ihr euch mal vorstellen, heißt Martin Schmitz. Martin Schmitz war unser erster Ehrengast, weil Innenminister Reul absagen musste, beziehungsweise er konnte oder wollte nicht kommen zu unserer allerersten Demo und Veranstaltung in Münster. Da haben wir eben Martin Schmitz gefragt. Martin Schmitz stand letztes Jahr im Herbst, Winter, bei der Premiere von meinem Stück, das sie umgeschrieben haben in Kinderhäuser. Ich kann es nachweisen. Stand auf der Bühne. Große Letter Martin Schmitz. Zwar natürlich, damit ich mich ärgere. Das ist ganz klar. Martin Schmitz hat von der katholischen Kirche 300.000 Euro Anerkennungszahlung bekommen. Also wir haben hier zwei Missbrauchsopfer, die mich vorsätzlich versucht haben zu quälen mit ihrem Zusammenspiel. Matthias Katsch sitzt in Berlin jetzt, hat sein riesengroßes Büro und arbeitet sogar mit der Bundesregierung zusammen. Und das ist ein kompletter Kruk. Kruk, das ist kein guter Mensch. Das ist ein amerikanischer Ausdruck. Aber ich will nur mal zurück. Das ist so komplex und kompakt. Und ich habe alles hier im Kopf. Ich kann alles beweisen. Ich saß also heute hier in diesem riesengroßen Kaufland. Habe beim Frühstück gehabt und hatte diese ganzen gelben Briefe, acht Stück von der Justiz Münster und Bielefeld, weil ich da in Berufung gegangen bin, gegen ein Urteil. Das vierte, was noch aussteht, wo ich gegen meinen eigenen Rechtsanwalt, als ich aus der Wohnung raus sollte, Philipp Hagemann, vorgegangen bin. Der hat behauptet, ich hätte ihn beleidigt mit den Worten Judas, Länder und Monster. Und das sind keine Beleidigungen, das ist die Wahrheit. Dieser Mann ist SPD-Ratsmitglied. Und ich habe ihm von vornherein reinen Wein eingeschenkt. Ich habe ihm gesagt, ich bin der Enkel von Adolf Hitler, wenn er damit Probleme hat, soll er das nicht annehmen. Ja, hat gesagt, alles gut und hat mich von vorne bis hinten beschissen. Er hat mir gesagt, ja, sagen Sie einfach, wenn Sie aus der Wohnung raus müssen, dass Sie sich umbringen werden. Und ich Idiot habe das gemacht. Ich fand das schon ein bisschen seltsam, diesen Ratschlag. Ich habe das gemacht. Und dann dreht der Mann sich um und sagt, ja, ich könnte Sie jetzt eigentlich einweisen lassen. Sie wollen sich ja umbringen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das hat ein Ratsmitglied, ein Ratsherr der Stadt Münster mit einem Missbrauchsopfer, mit einem überfallenen, fast gestorbenen Menschen getan. Aber nur aus dem Grund, weil er für die SPD was Gutes tun wollte. Ich hatte da eine Mahnwache im November 2021 und daraufhin ist dieser Herr aus seinem eigenen Kreisverband SPD-Wurxel zurückgetreten worden. Gott sei Dank. Also, weil die Leute fanden das schon ein bisschen übergriffig auf einen Menschen, egal von wem er abstammt. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich mich heute in Gefahr gebracht habe, aber ich habe dem Tod schon mehrere Male in die Augen geschaut und irgendwie wollte unser Herrgott, dass ich noch nicht komme oder eben da unten hin. Wer weiß. Ihr müsst euch vorstellen, setzt euch mal in meine Situation, dass ich glaube, das kann keiner. Du bist verwandt mit dem größten Massenmörder der Geschichte. Adolf Hitler ist Schuld an 50 plus Millionen, 50 Millionen plus Toten. Und natürlich habe ich da absolut panisch reagiert, als mein geliebter erster Freund in München, als ich noch auf der Schauspielschule war, habe ich ihn kennengelernt, waren zehn Jahre zusammen, ich habe ihn sehr geliebt, er ist mit 38 Jahren, 2001 leider verstorben, hat sich leider totgesoffen, totgeraucht, ist im Schlaf eingeschlafen und ist nicht mehr aufgewacht. Und dieses Kreuz ist von Walter. Ich habe das mal gesehen, er hat es nie getragen, und er hat mir das einfach geschenkt. Das Kreuz habe ich nach der Beerdigung von der Queen Elizabeth, von dem geistlichen Westminster Abbey, auf den Altar gelegt und es wurde dort gesegnet. Das hat für mich eine sehr innige und große Bedeutung, Leute. Ja, wie ging das weiter? Ich saß da heute an dem Tisch, hatte diese acht gelben Umschläge und ich habe sie immer noch nicht aufgemacht, Leute, weil ich einfach nicht mehr kann. Ich habe seit 2014, also seit 2010, 14 Jahre, ich bin vogelfrei wie Martin Luther. Jeder kann machen, was er will mit mir. Ich habe von dem Rechtsanwalt, von der Karen Brees, das ist die Diebe, die mein Stück zurückgeklaut hat und sich mit dem Theater Münster gemeingetan hat, mit einem Remsi Al-Khalisi und Schauspieldirektor und Frau Katharina Kost-Tolmein, die durch ihren eigenen Ehemann, Rechtsanwalt Oliver Teumann bewirkt hat, dass meine Petitionen, Petitionen mit 500 Unterschriften gegen sie, das erste Mal die Petition von Change.org gekappt wurde, ist einfach gelöscht worden mit lauter Drohungen, Lügen und auch meine Videos, die ich über sie gemacht habe, die meisten sind verschwunden, die berufen sich dann auf die europäische, ähm, europäisches Gesetz, wie auch immer. So, dann war ich heute hier und habe gedacht, okay, die Zeit ist gekommen, auch wenn ich vorhatte, im November zur Herbstsynode zu gehen und den Leuten zu sagen, Leute, Missbrauch und Vorsatz ist ein Unterschied. Ich habe wirklich ganz schlimme Geschichten gehört von Missbrauchsopfern und von Taten der evangelischen und der katholischen Kirche und auch aus Familien. Ich vertrete immerhin fast 500 Leute jetzt. Die haben sich bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, ob nach diesen Videos die Leute abspringen. Ich glaube nicht. ich kann nichts dafür. Ich bin alles andere als ein Nazi, ein Rechter oder irgendwie eine Gefahr für irgendjemanden. Die evangelische Kirche hätte jetzt die Chance, den Enkel von Adolf Hitler nach Israel zu schicken, der sich bei den letzten lebenden Holocaust-Überlebenden entschuldigt, der sie umarmt, der mit ihnen weint und der zu ihnen sagt, nicht nur es tut mir leid, sondern ich finde leider keine Worte für das, was du, was sie, was ihr mitgemacht habt durch mein Fleisch und Blut. Insofern kann ich euch nur um Verzeihung bitten. Und wenn ihr das nicht könnt, dann würde ich das verstehen. Ich kann auch verstehen, wenn mich Leute, die mit Holocaust-Überlebenden oder Sinti-Enkeln, Sinti und Roma, die auch gekillt wurden von den Nazis und viele, viele andere, wenn die mich hassen, wenn die mich nach dem Leben trachten, wenn die mich beseitigen wollen, das kann ich verstehen. Aber ich kann mich nicht verstecken. Ich kann mich nicht verstecken, ich will mich nicht verstecken. Ich will ein Zeichen setzen gegen diesen Hass von meinem eigenen Großvater ausgehen und der wirklich sehr, sehr gut in dem Film The Great Dictator von Charlie Chaplin, wenn ihr jemals die Möglichkeit habt, diese Szene anzugucken, wo er als Hinkel diese Rede an die Nation hält. Die habe ich auch schon mal vorgelesen, als ich eine Mahnwache gemacht habe für die Opfer in Münster, als da Leute umgebracht wurden von einem, der durch die Justiz Münster in den erweiterten Suizid gebracht wurde. Der hatte nur drei, nur, er hatte drei Verfahren gegen sich, dieser Mann. Er hatte mehrere Wohnungen, ist durchgetickt, durchgedreht und ist mit seinem Auto beim Kiepenkerl, wenn ihr euch daran erinnert, ich glaube, es war 2017, 18, ja, vor einigen Jahren, fünf, vier, fünf Jahre ist das her jetzt. und ich war an dem Anschlagstag da, war ich mit meiner Mutter nicht so weit entfernt und das war wirklich Horror. Aber ich stellt euch mal vor, ich habe mittlerweile fast drei Umzugskartons mit Klagen, mit Beschuldigungen, mit Strafverfahren und ich habe Gott sei Dank, Gott ist mein Zeuge, fast alles gewonnen, alles, bis auf die Sachen mit meiner eigenen Halbschwester, Patricia B., ihrem Ehemann, der mich 2010, 2011, im Frühling fast tot geboxt hat, hatte drei, drei Restraining Orders, also das waren, dass er sich mir nicht nähern darf. Das war ein großes Auto. Ja, diese Sache ist so komplex und ich habe alles hier drin. Ich kann beweisen, dass die Justiz Münster den Ulrich Schambert, den Präsidenten des Landgerichts, so schnell als möglich austauschen muss. Ich habe mich auch schon an den Justizminister von Nordrhein-Westfalen gewendet, er hat sich noch nicht mal zurückgemeldet, dass der leitende Oberstaatsanwalt von Münster, Jens Frobel, der sich noch nicht einmal bei mir zurückgemeldet hat, komplett in dieser Clique steckt, was komplett kriminell, das ist absolut ein Rechtsbruch. und dann auch noch ein Herr namens Dr. Jürgen Wrobel. Dieser Mann ist der Direktor des Amtsgerichts und hat mich nicht ins Amtsgericht reingelassen, ohne Grund, als ich als ich mir ein Stück anschauen wollte, das Verhör beziehungsweise die, das war ein sehr, sehr wichtiges Stück, er sagte aber keinen Grund, warum ich nicht rein durfte. das Amtsgericht und das Landgericht, die haben das Theater Münster zu Besuch regelmäßig für Vorstellungen, wie wollen die unbefangen urteilen über meine Sache, über meine Klage wegen Kinderhaus versus Kinderhäuser, also da will ich noch in Berufung gehen, ich weiß, dass ich das mit links gewinnen wird und dann muss Frau Kostolmann ihre Sachen packen, zurücktreten und dieses Verfahren ist komischerweise von der Stadt Münster versus Mark Bellinghaus vertreten durch Oberbürgermeister Markus Lewe, Herr Lewe, falls Sie das sehen sollten, ja, Sie treten ja nicht mehr an als Bürgermeister, was ich auch gut finde, als Oberbürgermeister, Sie haben es versäumt, ein Oberbürgermeister, der nach einem so großen Skandal wie dem Missbrauchskomplex von Münster nicht einmal sich blicken lässt, bei einer Bewegung, bei einer Initiativbewegung, die ich gegründet habe, Saturdays for Children, das könnt ihr googeln, da steht auch in den westfälischen Nachrichten was drin und wie auch immer, ein Oberbürgermeister, der noch nicht einmal gekommen ist, wir haben ihn jedes Mal eingeladen, haben gesagt, Sie können sich doch mal zeigen, ist doch klar, er wusste, wer ich bin, weiß jeder und deswegen haben die mich so behandelt und das ist gegen Artikel 3, Absatz 3 unseres deutschen Grundgesetzes, was jetzt gerade vor kurzem 75. Jubiläum feierte, aber ich bin vogelfrei, die Justiz macht mit mir, was sie will. Da war zum Beispiel eine Richterin, Jasmin Saglam, türkischer Background und ich habe gewusst, diese Frau macht das absichtlich, weil sie weiß, wer ich bin, weil sie denkt, ich bin ausländerfeindlich, ich habe was gegen Asylanten oder sonst was, was überhaupt nicht wahr ist, ich bin zu verschiedenen Demonstrationen für Moria, für die Aufnahme von Asylanten und so weiter. Mittlerweile habe ich da eine andere Einstellung, weil es einfach nach Solingen und so muss sich was ändern und da darf man auch nicht als Nazi beschimpfen, wenn man sagt, okay, es gibt so viele ausländische Mitbürger, die sind selbst schon dafür, dass wir dicht machen beziehungsweise Sicherheit bieten für uns unsere Leute, ohne dass man dann gleich als Nazi mit der Nazikeule Ich muss natürlich besonders vorsichtig sein, was ich sage, das ist mir schon vollkommen bewusst, weil man jedes Wort, was ich sage, auf eine Goldwaage legt, aber ich war in Solingen, ich habe für die evangelische Kirche ein kleines Kunstwert niedergelegt und zwar meine Flügel, habe da drauf geschrieben, ganz impel mit schwarzem Acryl wir trauern EKD Ich habe auch nicht mal ein Dankeschön von der Kirche bekommen, ich wollte Ihnen noch mal zeigen, was ein Vorsitzender der EKD auch tun könnte, sollte, müsste, aber die haben uns ja natürlich in den letzten Jahren durch Frau Kurschus immer die ganze Zeit gesagt, wir müssen, müssen, müssen und dann kam noch ein Pastor letztes Jahr im Juni und hat gesagt, wir schicken noch mehrere Boote und Gott ist queer und und es wird immer schlimmer. Die evangelische Kirche zahakt sich selbst, macht Harakiri mit sich selber und deswegen denke ich, dass ich die Kirche repräsentieren könnte und zwar auch mit dem Wissen, wer ich bin. Denn nur dann kann man auch Holocaust Überlebenden, die noch leben, es gibt noch einige, die noch leben und denen könnte man dann wirklich die Hand reichen. Das ist meine Einstellung, das ist meine Überzeugung. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt, vielleicht was würdet ihr tun, wenn ihr so was rausfinden würdet. Ich muss euch sagen, ich habe in einem anderen Video, was ich hier ranhänge, was unter der Überschrift steht, da seht ihr ein Foto von mir, von meinem Profil, ich habe mir die Nase operieren lassen, als mein geliebter Walter immer sagte, wenn er besoffen war, Besoffene und Kinder reden ja die Wahrheit, sagte der Bayer Walter sagte zu mir, du hast an Orsen wie der Hitler, runterkrießen wie der Hitler, und ich habe gesagt, du Arsch, du spendest, du bist ja verrückt, der will denn aussehen wie Adolf Hitler, und da habe ich mir in der Winterpause während des Drehs für Name der Rose habe ich mir meine Nase operieren lassen, damals 4000 D-Mark hat das gekostet, es war nicht viel, es wurde mir dieser Höcker rausgemacht, sonst habe ich nichts gemacht, bisher, ich habe nichts dagegen, wenn die Leute sich irgendwie operieren lassen, aber, also ich habe einen Botox oder sonst was, aber ich fühle mich wie 20 und ich habe eine Menge Energie und ich denke, das ist wegen meiner geliebten Oma Gilly Raubal, die ja leider nur 23 Jahre alt wurde, die einen Traum hatte Opernsängerin zu sein, zu werden, hat eine Ausbildung gemacht, hat mit dem Ekel Adolf Hitler zusammenwohnen müssen, nachdem mein Vater geboren wurde in Leipzig, sie musste meinen Vater in Leipzig auf die Welt bringen und das könnt ihr selber nachprüfen, Friedhelm Meinhardt mit T K-O-E-N-I-G Wenn ihr diese Worte drauf schreibt, ich mache da nochmal ein anderes Video, das ist ein Anagramm, in diesem Namen steckt Adolf Hitler, ich bin durch den Da Vinci Code drauf gekommen, ihr werdet lachen, aber weil dieser, dieser Film, wo da eine Frau, eine Französin rausfindet, dass sie mit Jesus Christus verwandt ist, ist einer der schönsten Filme für mich, nur dass ich vier Jahre später, nachdem der Film rausgekommen ist, so einen ähnlichen Moment hatte, das hätte ich mir nie denken können oder auch hätte ich mir nie, nie in meinen schlimmsten Albträumen nie, niemals vorstellen können, aber es ist so und ich bin leider nicht der Einzige, ich habe halb Geschwister, halb Brüder, die alle von Meinhard König abstammen und die wehren sich natürlich davor, keiner von denen will an die Öffentlichkeit, keiner, keiner, weil die alle Angst haben, ich habe keine Angst, ich habe 2012 die Nichte von Gedi Rauber, sie heißt Gärtner und wohnt in Linz, ich habe die besucht, ich habe mich vorgestellt und die war komplett paranoide über Presse, über irgendwas, aber ich habe Sachen rausgefunden, ich bin zum Friedhof gegangen, wollte von dem Grab meiner Urgroßeltern Clara und Alois Hitler wollte ich DNA natürlich holen, ich habe gesagt, ich habe mich bei der katholischen Pfarre gemeldet und habe gesagt, ich würde gerne einen Zahn- oder irgendwie Knochenfragment in dem Grab suchen, damit ich beweisen kann, dass ich Adolf Hitlers Enkel bin, ja, dann sagte man mir, das Grab gehört jemanden und das ist der katholischen Kirche und das darf nicht sein und wie auch immer, bla bla bla, ja, drei Tage später war das Grab weg, es ist aufgelöst worden bei Nacht und Nebel, Grabsteine wurden entfernt und 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 ein Grab, was fast 120 Jahre da war, ja, und das ist natürlich für mich der beste Beweis, da brauche ich gar keine DNA mehr, weil das ist kein Zufall, dass ausgerechnet, als ich da hinfahre, kurz nachdem ich aus Amerika gekommen bin, um eben einen Beweis zu erbringen, DNA-Beweis, ich bin nicht wie dieser Typ da in Frankreich, der behauptet, Hitler hätte da seine Mutter geschwängert oder seine, ja genau, seine Mutter, der ist mittlerweile auch schon tot, aber sein Sohn geht auf der gleichen Spur, es stand dann in der Bild-Zeitung, hat mich auch ganz schön geflecht und umgehauen, als das kam, kurz nachdem ich hier wieder zurückgekommen bin nach Deutschland. Also, ich mache jetzt mal Schluss, ich mache noch mehrere Videos, ich will euch nicht hierüber anstrengen, es ist so komplex, was hier in Münster abgeht, was hier mit den Missbrauchsopfern abgeht, Martin Katsch, Matthias Katsch und Martin Schmitz, falls ihr das sehen solltet, ihr solltet euch schämen, wenn ihr wisst, was Scham bedeutet, ihr macht diese perfiden Dinge mit einem gequälten, vorsätzlich gequälten von den Kirchen, von beiden Kirchen Menschen. Ich war ein kleines Kind, ich war sechseinhalb, ich wusste nicht, warum diese evangelische Erzieherin Heidi Kranz, die in der diakonischen Alumnate arbeitete, warum die mich fast totgeschlagen hat mit ihrem Spazierstock, mit ihrem Charlie-Caplin-Stock oder was das war, so ein Rohrstock, hat dann die ganzen Ältesten des Internates auf mich gehetzt, sie mussten mich vor allen Kindern vergewaltigen und ich bin nicht Detlef Zander, ich erzähle keine Details, weil das kann man nicht beschreiben, was mit mir gemacht wurde und deswegen fordere ich die Kirche auf, anstelle mir eine Anerkennungszahlung auszuzahlen, in Millionenhöhe, mich zu ihrem Vorsitzenden zu machen. Denn die Kirche, ihr, die evangelische Kirche, ihr müsst was ändern, ihr müsst euch erneuern, ihr müsst unserer Gesellschaft beweisen, dass unsere Kinder safe bei euch sind, denn bis jetzt sieht es gar nicht danach aus, was, das ihr überhaupt aufarbeiten wollt. Ansonsten seid ihr obsolet. Ansonsten kann man alle Kirchen verkaufen und kann die Missbrauchsopfer adäquat auszahlen. Und mit adäquat meine ich nicht zehn Prozent von dem, was die katholische Kirche ihren Opfern als Anerkennungszahlung auszahlt. Das ist ein schreiendes Unrecht und das kreide ich hiermit an. Ich definiere mich Gott sei Dank nicht nur als Missbrauchsopfer, sondern ich bin Journalist, ich bin Investigativjournalist, ich habe bewiesen in Amerika, ich den größten Ausstellungsbetrug aufgedeckt, erkannt aufgedeckt und angezeigt und gestoppt habe. Ich glaube, das gibt mir schon das Prädikat Journalist und Investigativjournalist, oder nicht? Und ich habe all meine Erspartes da rein, ich musste meine gesamte große Marilyn Monroe Ausstellung Klamotten und 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 alles verkaufen, weil ich alles fürs Gericht und Anwälte und so weiter bezahlen musste. So, es ist unfassbar, es ist wirklich unglaublich, dass da alles noch kommt. Ihr werdet es nicht glauben, ich werde auch gegen das ZDF vielleicht prozessieren müssen, weil die Dinge mit mir getan haben. Martin Moskowitsch, der Produzent von Er ist wieder da, der die Adolf-Hitler-Komödie schlechthin Produzent dieses Filmes, war mein allererster Produzent in Schulmädchen 84, hat meinen Namen absichtlich geändert, von Siegfried in Siegfried Schmidt, hat sich totgelacht, hat mein Poster, ich habe keinen Pfennig für gekriegt, das gibt eine neue, eine nächste Klage auf Schadensersatz. Er macht eigentlich das Gleiche, was er damals gemacht hat, diese Jugendstreifen, so wie Fakir Goethe ist auch dieser, dieses Schulmädchen 84, hat es extra Schulmädchen 84 genannt, damit es sich so anrüchig anhört, es ist unter dem Namen Jugend 84 gedreht worden, aber ich habe ja dann meinen Namen geändert, insofern stehe ich da auch nicht in Wikipedia oder so. Wikipedia ist eine andere Story, da ist ein Irrer aus Wuppertal, der heißt Gunther W., ich sage jetzt den Nachnamen nicht, weil ich gegen den auch schon prozessiert habe, hat meinen Namen geklaut, hat da Marc Bellinghoff erfunden, hat verschiedene Mitarbeiter erfunden, zahlt keine Steuer für die, ist ein kompletter Betrüger und der hat meinen Wikipedia Account gehijackt, weil er sich im Internet gut auskennt, die ganzen Artikel, die in der Zeitung standen, sind alle nicht aufgeführt, nur ein paar von meinen Schauspielsachen, ich habe viel, viel mehr Filme, Fernseh- und Theaterstücke gemacht, ich kann das nicht machen, ich will es auch nicht machen, also wenn ihr jemanden kennt, der sich Wikipedia auskennt, kann er mal gucken, ich finde das grauenhaft, dass so ein schizophrener Irrer, der da wirklich mich hasst, ist ja klar warum, er weiß Bescheid, und dann auch noch vom Landgericht Köln Recht bekommen hat, hat diese ganz rechte Rechtsanwalt Kanzlei, die auch Böhmermann immer ankreidet, gleicher Typ, wo auch dieser Maaßen sitzt, gegen die habe ich prozessiert vor zwei Jahren, und der Richter Dr. Köpsel ist wirklich ein Anti-Richter und naja, ihr seht, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich soll wieder gelbe Briefe aufmachen mit irgendwelchem Scheiß, würdet ihr würdet ihr irgendwelche Kohle zahlen für einen Rechtsanwalt, der eine Betrügerin, eine Diebin vertritt, ich mache das nicht und deswegen gehen wir jetzt auch in die Bayerische Justiz, weil das ist in Dachau, natürlich in Dachau, klar, kein Zufall. So Leute, ich haue jetzt hier mal ab, es ist schon spät, aber es war ein wichtiger, wirklich wichtiger Tag, ich habe die wichtigsten Videos meines Lebens gepostet, denn ich will vor euch stehen, als Hans-Siegfried Otto-Schmidt König, Raubal, als der, der ich bin, ich habe mich 1985 in Mark-Bellinghaus umbenannt, weil ich immer durch Siggi Schmidt an diese ekelhafte Missbrauchsgeschichte, Erfahrung erinnert wurde und ich hatte bis zu meiner Aufarbeitung fast alle zwei Tage oder so schlimme Albträume von diesem Monster auf der Brücke und ich sitze, ich stehe da auf Kaugummi, auf so rosa Kaugummi wie dieses Bazooka und kann nicht abhauen und das war, also ich habe das meiner Therapeutin erklärt, diesen Traum und die hat mir das auch eben bestätigt, dass das natürlich mit dem Missbrauch zu tun hat und ich danke euch für eure vielen E-Mails, Kommentare, die ihr mir so auch privat schickt und auch Briefe, ich habe letztens wieder von einer ganz armen Frau einen Brief bekommen, die ist abgelehnt worden für dieses Opferentschädigungsgesetz und ich wünsche, ich könnte allen helfen, ich habe wirklich nur ein Leben und versuche selbst zu überleben und die evangelische Kirche hätte mit mir wirklich einen würdigen Vorsitzenden der evangelischen Kirche denn das wäre das richtige Zeichen zur richtigen Zeit denn ansonsten sehe ich schwarz für eine Kirche die eigentlich mehr oder weniger leider obsolet ist in diesem Sinne alles Gute Peace Out Euer Mark Ich 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 Vielen Dank.